Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu jQuery. Heute geht es um Callbacks und Chaining und es hört sich deutlich komplizierter an als es eigentlich ist. Es ist eigentlich wirklich nicht schwer. Was das bezeichnet ist einfach wie kann ich was machen nachdem ich mit meinem Effekt hier fertig bin. Das heißt zum Beispiel möchte ich, das werden wir dann demnächst auch noch sehen, möchte ich erstmal mein Element nach rechts verschieben und dann möchte ich es größer werden lassen. Aber ich möchte es zuerst fertig nach rechts verschieben und dann möchte ich es größer werden lassen. Und das geht erstmal mit Chaining. Okay, also wir werden hier erstmal das Ganze nach oben sliden lassen, Slide Up und dann werden wir dasselbe Element wieder runter sliden lassen. Und zwar direkt ohne jetzt irgendwie wieder einen Punkt Click Function oder sowas zu brauchen, sondern wir sagen einfach das wird direkt gemacht. Und dazu sagen wir einfach Slide Down. Und zwar in drei Sekunden, damit wir einen kleinen Unterschied spüren. So, jetzt was passiert. Es wird erstmal das Element geschnappt und dann wird es nach oben geslidet. Ups, Alter. Nach oben geslidet. Und wenn das fertig ist, deswegen der Punkt, dann wird es wieder nach unten geslidet. Okay, schauen wir uns einfach mal ganz kurz an. Wenn ich hier drauf klicke, sehen wir, ups, es geht nach oben und es geht direkt wieder nach unten. Super geil. So, wenn ich jetzt aber was Spezielles machen möchte, wie zum Beispiel, ich möchte nach meinem H1 noch ein anderes Element verschieben oder irgendwas anderes damit machen. Also nicht mit H1, sondern mit einem anderen Element. Dann brauche ich Callbacks. Callbacks sind Funktionen, die dann ausgeführt werden, wenn ihr fertig seid mit eurer Methode. Dazu kleiner Einschub. Wir müssen hier drin kein jQuery programmieren. Wir können hier drin auch ganz normales JavaScript programmieren. Und dazu sagen wir einfach mal als Beispiel window.alert. Und jetzt sagen wir hier einfach mal ein stinknormaler Alert kommt hier rein. Und zwar jedes Mal, wenn ich auf so einen Paragrafen klicke. Das heißt, ich klicke hier jetzt mal drauf und es kommt ein Alert. Und ich klicke wieder drauf und es kommt noch ein Alert. Und was ist da dran so besonders? Naja, ihr könnt jetzt hierher gehen und sagen, hey, ich kann überall mein jQuery benutzen, aber ich kann es auch gleichzeitig mit JavaScript kombinieren. Und das ist wirklich super mächtig. Genau. Das ist im Prinzip das Coolste dran. So, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen wieder zu dem Slide-Toggle zurückkehren, das wir hatten. Und jetzt sagen wir, wir möchten jetzt nicht nur dieses H1 wegfahren, sondern wenn H1 weg ist, dann soll bitte auch mein Input hier verschwinden. Und zwar aber erst danach, nicht gleichzeitig. Und dazu sagen wir, ich brauche hier eine Callback-Methode. Also wirklich, es ist ein guter Trick, erstmal seinen Code fertig zu schreiben und dann hier drinnen wieder anzusetzen und Callbacks einzufügen. Denn die sind auch noch innerhalb der Funktion Slide-Toggle hier. Und das macht teilweise die Leserlichkeit wirklich kaputt. Ihr werdet es gleich sehen. Okay. Also wir machen hier wieder ein Komma hinten dran und dann können wir hier eine Callback-Funktion angeben. Das heißt, wir schreiben hier Function und drücken Enter. Dann kommt das hier, also eine Function, die keine Parameter nimmt und hier Callback hat, also quasi einfach eine Funktion ist. Und jetzt seht ihr vielleicht auch, warum das so kompliziert ist. Man muss wirklich Schritt halten mit diesen ganzen Klammern und den Semikolons und alles drum und dran. Ist ein bisschen kompliziert. Aber hier drin kann ich jetzt auch wieder stinknormales JavaScript, jQuery schreiben und es ist nicht abhängig von meinem Objekt H1. Das ist das Tolle dran. Ich müsste hier jetzt, damit es abhängig ist davon, müsste ich ein dollar this schreiben. Was ich hier aber nicht brauche. Ich sage einfach, hey, ich möchte jetzt mein Input, also Input, auch verschwinden lassen. Und zwar sage ich jetzt, ich möchte ein Fade-Toggle haben, damit wir auch einen Unterschied haben. 2000. So. Also in zwei Sekunden. Wunderbar. Jetzt habe ich sozusagen erstmal, verschwindet mein H1 und dann verschwindet mein Input. Okay, schauen wir uns ganz kurz an. Und ja, wenn ich hier draufklicke, verschwindet erstmal meine Überschrift und es verschwindet langsam aber sicher mein Input-Feld. Ziemlich cool. Und wenn ich jetzt natürlich wieder draufklicke, Achtung, ich aktualisiere nicht, dann erscheint erst wieder die Überschrift mit einem Slide und dann fadet mein Input-Feld wieder ein. Ganz normal. Wunderbar. Das heißt, hier drin könnt ihr jetzt jeglichen JavaScript-Code ausführen, wenn dieser Slide vollendet wurde. So sieht das dann tatsächlich aus. Gut. Ja, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Das ist Callback und Chaining. Nächstes Mal, weiß ich noch nicht genau, wird es wahrscheinlich um Animationen oder sowas gehen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.